Hallo Freunde und frohe Weihnachten von Tides Awakening. Das hier ist unser kleines Video zu unserem Gewinnspiel, was wir in den letzten Tagen gestartet haben. Und heute werden wir die drei glücklichen Gewinner von unseren Tides Awakening T-Shirts bekannt geben. Dazu werden wir alle Namen auf einen Zettel schreiben, falten und hier in die Lustrommel reinwerfen und dann die drei Gewinner ziehen, die dieses schicke Tides Awakening T-Shirt bekommen. Wir wünschen euch viel Glück und viel Spaß beim Zuschauen. Let's go! Ja, wir haben jetzt all eure Namen hier in unserer Lustrommel. Ja, wir rühren das jetzt mal kurz schön ordentlich durch hier. Und dann zieht der José, unsere Glücksfee, mal den ersten Gewinner. Und das ist Nils! Herzlichen Glückwunsch, dein T-Shirt geht raus! Und Gewinner Nummer zwei ist... Gewinner Nummer zwei... Ah... Die Sideria! Herzlichen Glückwunsch! Und unser letzter Gewinner oder Gewinnerin ist... Ist... Oh... Das ist Armin! Herzlichen Glückwunsch! Auch du kriegst dein T-Shirt. Yeah! Sehr schön! Dann herzlichen Glückwunsch an die drei glücklichen Gewinner unseres Gewinnspiels. Wir werden euch alle verlinken und in den nächsten... Also wir laden noch ein extra Bild hoch, wo wir euch alle drauf verlinken werden. Und wir schreiben euch dann noch persönlich an, wo wir dann die Größen klären können und alles. Und denkt dran, im Januar haben wir direkt zwei Auftritte hintereinander weg. Und zwar einmal am 23.1. sind wir auf der Uni-Hannenbühne in Wuppertal. Und zum Zweiten sind wir am 29.1. in Mühlenscheid im Eigenart. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an alle Gewinner. Und wir wünschen euch allen noch frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Und denk dran, Glücksspiele können süchtig machen. Schreibt mal alle ganz lauter. Äh, ja, wer ist denn mit... Ich muss mich verarschen. Die Kamera läuft. Ja, ich höre dich und ist es gerade wichtig? Johnny, gebrauchen Hilfe? Wer ist Johnny? Okay, also jetzt. Hallo Freunde. Hallo Freunde und frohe Te... Frohe Teile, frohe Teile. Wir wünschen euch die Ranking. Wir hätten gut dazu verkackt, dass wir euch wohl lachen müssen. Wir wünschen euch ein Team. Wir wünschen uns zu unserem Gewinnspiel, wo wir unsere drei Gewinner bekannt geben. Wirklich. Ah, fucken. Hallo Freunde und frohe Weihnachten. Weihnachten, Weihnachten. Geht's zum Weihnachten? Jetzt machen wir es in einem Bild. Mimimomomu. Mame Mimimou. Mame Mimou. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Ja, herzlichen Glück von Schröckmann. Ich bin zuge... Jetzt, jetzt, jetzt! Mach was du willst! Ja! Möchtet ihr die gute oder schlechte Nachricht hören? Setz dich hin jetzt! Aufnehmen, dann kannst du mir jetzt sehen, was willst! Dennis, ich will dich! Darmin! Hat gewonnen! Darmin hat gewonnen! Das ist so behindert! Das machen wir jetzt mal ein bisschen! Werden wir das alles? Ich werde vergewaltig! Mach das, da! Da ist die Kamera! Ja! Ach man, Robin! Hammer, Robin! Das ist ja doof irgendwie! Ja! Also dann machen wir's nochmal! Tschüss! Aufnehmen! 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 Aufnehmen!